Ja, auf dem Weg nach Amsterdam, meiner absoluten anglerischen Lieblingsstadt. Normalerweise fahre ich nach Amsterdam immer zum Streetfischen, das heißt von Land aus, da in den Grachten, Goldern und Gräben von Amsterdam fischen. Heute mal eine Premiere, ich bin mit dem Kajak unterwegs und schaue mal, wie das mit dem Kajak da funktioniert, ob man gut fahren kann und freue mich total drauf. Es ist sehr früh, es ist Mitte Oktober, also eigentlich eine super Zeit zum Zander- und Barschangeln und ja, schauen wir mal, was das Ganze so gibt. Ja, das größte Problem in Amsterdam besteht eigentlich darin, einen schönen Parkplatz zu finden, wo man parken darf und wo man dann auch noch die Kajaks ins Wasser kriegt. Wir haben jetzt hier was gefunden, wo das ist, zeige ich euch dann gerne auf Anfrage oder wenn wir mal zusammenfischen gehen hier. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier, kann losgehen, bin mit dem Sven und wir schauen mal, was so passiert. Sven sagt guten Tag. Servus, moin, auf geht's, guter Tag. Das war es gut. 增춤, geht's. Am mich auf auch. Flynn sagt point. Das war es gerade gut, wenn wir uns auf den Kajak-Fern harkotchen finden. Es gibt uns auf den Kajak-Fern harkotchen. Und wenn wir uns auf die Kajak-Fern harkotchenpapieren, dann muss ich euch was über die Kajak-Fern harkotchen. Und das war es, wenn wir uns auf den Kajak-Fern harkotchen machen lassen. Und die Kajak-Fern harkotchen kommen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018